Leute, es ist soweit. Heute ist der 19. November 2021 und Battlefield 2042 ist endlich auf dem Markt und offiziell für alle spielbar. Und ich würde einfach mal vorschlagen, wir steigen mal direkt in ein paar Runden ein und ich nehme mal ein bisschen mit und rede ein bisschen über das Game. Und wir schauen mal, wie es so läuft. Viel Spaß! So, einmal Scope drauf. Wunderbar. Oh, oh. Oh Gott. Ja, 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 ja. Hier nicht wieder hinlegen. Geil. Oh, getradet. Nicht. So, also an sich, ganz nettes Spiel eigentlich. Macht ziemlich Spaß. Dieses Video ist zwar vor dem offiziellen Release online, wird zwar vor dem offiziellen Release am Freitag, heute also, aufgenommen. Das heißt, ich habe mir halt eine frühe Version gekauft. Und die ist noch ein bisschen laggy, ein bisschen buggy und spinnt etwas rum. Die Qualität ist noch nicht so auf dem höchsten Level. Aber ich denke mal, dass ich das veröffentlichte Datum dann ändern würde. Leute, Leute. Spielt niemals Sniper. Sonst werdet ihr unbeliebt bei Freunden. So. Ich will doch nur den Kopf treffen, Leute. Ist ja auch nicht so viel verlangt. Oh, Kollege. Ach, und jetzt kommt von rechts auch noch einer. Das ist ja super. Oh, 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 oh. Na bitte. So schon mal gar nicht, Freundchen. Oh. Und Camper. Huh. Feier ich schon mal. Jetzt ist C gleich hier wieder. Sieg. Beginnt mit der Evakuierung der Lopair-Truppe. Ja, Leute. Man muss auch mal... War's das? Bin bereit für Runde 2. Ja, ich auch. Lass mal rüber switchen. Ab geht er, der Peter. Ab geht die Luzi. Alpha 1. Alpha Höhn. Alpha Höhn, bitte kommen. Was machst du denn hier? Ja. Einfach mal mittendrin so ein... Oh, Gott. Ja, ich hab's verstanden. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Hä? Von wo kann... Von da kann doch nicht die Schüsse. Verasche. Alpha Höhn. Alter, was macht er? Stark. Da sitzt er doch. Ach, Fahrstuhl. Na, ah. Nöööö. Hier bitte Fahrstuhlmusik einfügen. Hallo. Oh. Oh, ich hab einen überfahren. Überdrennst du an mich rein, der dummer Hund. Komm zu lassen. Sag mal. Werfst du Granaten auf meinen Schatz? Mein Schatz. Mein Schatz. Sie wollen ihn uns stillen. Wir haben Rettor Alpha eingenommen. Oh, ja. Das haben wir. Wenn man auf mich ballern muss. Oh, oh. So. Dauert mehr zu lange hier. Ich will ein Fahrzeug haben. So, und hopp. Ach so. Das fällt gar nicht mehr. Das ist ja ein Geschütz dran. Deine Mutter, Alter. Wir haben B. Ja. Juhu. Aim, Alter. Aim. Mit dem Wagen. Ach, weißt du was? Schade. Wenn die Gegner sich denken, wir müssen mit dem halben Squad C einnehmen, dann viel Spaß. Also, ich bin gut dabei gewesen. Alter. Let's go. Aus der Höhe stirbt doch kein Mensch, Junge. Ja. Deswegen spielst du Sniper. Und du musst abstauben, ne? Fallschirm. Und cutten. Und Fallschirm. Und cutten. Und kill. Tot, mein ich. Siehste wohl. Guck dir das an. Ich bin, ich hab den Typen fast tot und dann kommt jemand von der Seite her, ich denk. Nur im Squad. Ein Team. Okay. Ja, manche nämlich auch den King im Einnehmen. Mit mir im Team. Na bitte. Irgendwann muss doch mal der Kopf betroffen werden. Und von der Seite drei Leute hätte ich da weghauen können. Und dann liegt da einer auf dem Boden, weil ihm gesagt wurde, Sebastian, Thorsten und die Annika haben ihm gesagt, komm, leg dich da hin, wie damals in den guten Fortnite-Zeiten. Das ist noch voll cool. Und dann lutschen wir dir alle ein. Im Rhythmus. Da bist du ja wieder. Ja, Mensch. Ja, Freyli. Bist du scheiße, ne? So. Jetzt kommt der nächste. Ach, da liegt die Nachtigall. In Arsch. In Arsch. Und Sieg. Oh, ja. Leute. Spielt das Spiel. Macht das gerne. Das Spiel macht übel Spaß manchmal, wenn man da richtig reinballern kann mit Freunden und so. Es hat nur noch ein paar Lacks, aber an dem Tag, wo das Video jetzt kommt, werden die Lacks wahrscheinlich schon behoben sein, weil das Spiel jetzt offiziell da ist. Spielt es einfach. Gönnt euch ein bisschen Ablenkung von Rainbow. Aber ich habe jetzt genug von diesen ganzen Fortnite-Kiddies, die noch mitten im Spiel sind und die mich noch ein bisschen nerven. Aber sonst sehr zu empfehlen. Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis nächste Woche. Bleibt geschmeidig. Und tschüss. 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 Tschüss.